tried to wir sind die besten im westen zwei spiele dann wissen wir im finale steht einige von euch meinen vielleicht dass hier wäre auch schon viel wert ein netter erfolg schließlich sah es vor ein paar monaten so aus als würden wir die playoff verpassen aber so dürft ihr heute nicht denken Wer so denkt, verrät heute das gesamte Team. Lässt die Grundwerte der Galaxy im Stich. Wir müssen immer als Einzelne und als Team alles geben. Hört auf die Fenster draußen. Sie wollen euer Bestes sehen. Und unsere Pflicht ist es, ihnen das zu geben. Spielt mit Intensität, mit Stolz. Kämpft füreinander. Und bringt diesen Club dahin, wo er hingehört. Sie sind wohl. Spiel haben wir jetzt ein Stück geschafft, aber wir spielen wieder mit dem Team. Herzlich willkommen zu dieser heutigen Partie. Western Conference Final ins Spiel. Gleich geht's los. Das dürfte spannend werden. Absolut. Zwei Teams, die große Ziele haben, die weit kommen wollen. Und da ist es natürlich wichtig, gut reinzukommen in dieses Finale. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Da kommt der Pass. Ganz so. Wir sind hier vom Torhüter. Das ist richtig. Chip. Victor Rodriguez. Wird's jetzt gefährlich? Dempster jetzt. Jetzt schießt er. Das ist das erste Tor in diesem Finale in der Western Conference. Und die Galaxy haben's gemacht. Riesenjubel. Aber guck mal, der Trainer zeigt's gleich an. Konzentriert euch. Nicht nachlassen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Super dazwischen gegangen. Jetzt vielleicht mal Alexander. Ist es das jetzt? Nicht der Ausgleich. Aber da müssen sie mehr raus machen. Diese Chance haben sie fast verschenkt. So ein... So ein Mist. Und nur der Iroh. Pass auf die Außenbahn. Victor Rodriguez. Alessandrini. Und das ist der Ballverlust. Alonso. Das könnte gefährlich werden. Gefährlich. Andi Latte. Dempsey. Und Hunter. Das ist ein schweres Spiel. Ich hab so ein Gefühl, die kommen weiter. Nur der Iroh. Dempsey. Ganz einfach an den Ball gekommen. Da passt er auf. Jones. Fängt diesen Ball ab. Das ist gar nicht. Jetzt müssen sie aufpassen. Gut geklärt, aber Einwurf. Jonathan dos Santos. Er schlägt cold. Das macht er gut. Alonso. Victor Rodriguez. Nur ein Dempsey am Ball. Die Flanke bleibt hängen. Kieber geht gut zum Ball. Faust ihn weg. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Es sah so aus, als kämen sie durch. Aber jetzt ist der Ball weg. Zades. Ja, schwache Ball. Was ist das für ein Scheißspiel? Wird das eine Torchance? Einwurf. LA Galaxy. Dame. Alessandrini. Alex Hunter. So, natürlich. Kein Problem. Er holt sich den Ball. Alonso. Chip. Das könnte der Gelegenheit werden. Super Pass. Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball. Ist aber nicht platziert. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch zwei Minuten oben drauf. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Alessandrini. Da, die Pause müssen wir festhalten. So, die zweite Hälfte kann losgehen. In diesem Halbfinale. Ich hoffe, das wird jetzt noch ein hochklassiger zweiter Abschnitt. Victor Rodrigues. Demstay. Ballverlust. Und er pfeift. Freistoß. Jones. Mit dem Ball am Fuß Richtung Gegner durch das Tor. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. So hat es jetzt. Jetzt schießt er. Super gehalten. Aber auch ein toller Schuss. Eine gute Möglichkeit hier. Es gibt Ecke. Die Ecke kommt rein. Szene geht weiter. Schießt er ihn rein. Jetzt kommt die Ecke. Ja, ganz sicher. Den Ball hat der Keeper. Jetzt vielleicht mal Alexander. Guter Pass, der kommt da an. Hunter. Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen sie konsequent erspielen. Sie sind nach wie vorhin Rückstand und müssen jetzt alles versuchen. Es wird gewechselt. Vielleicht läuft es dann ja besser. Roldan. Weg ist der Ball. Will den Ball. Sehr aktiv im Moment. Abwehr hat aufgepasst. Hallonso. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Jetzt nimmt Achtung jetzt. Victor Rodriguez. Oh, gehalten. Unglaublich. Was für eine Parade. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer Clint Dempsey. Ganz knapp über die Latte. Ah, fast drin das Ding. Was für Kopfball. Und das Santos. Und das ist der Ballverlust. Das ist echt gespielt. Schiff. Das könnte gefährlich werden. Da kommt der Pass. Da gewinnt er den Zweikampf. Victor Rodriguez. Gefahr erstmal bereinigt. Und er gibt ihn. Er gibt den Elfer. Und nur gelb. Ja, ich glaube, das geht in Ordnung. Da zeigt der Schiedsrichter Fingerspitzengefühl. Er macht das Tor. Guter Elfer. Das hat er erwartungsgemäß erledigt. Er hält dem enormen Druck stand und macht das Ding. Jetzt steht es 2 zu 0. Das dürfte ihn Ruhe geben. Jetzt Dempsey. Jetzt wird es gefährlich. Klasse Technik. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Und das Santos. Gibt das den Anschluss? Oh, schwach. Na ja, da ist der Ball verschwunden. Da hat auch die Technik nicht gepasst. Ungefährlich. Das könnte der Gelegenheit werden. Sauber vom Ball getrennt hier. Da zieht er ab. Der Abfluss war nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Jetzt wird es den Wechsel geben. Los Angeles über außen. Hunter. Vier Minuten sind noch zu absolvieren hier. Tolles Zuspiel. Wird es jetzt gefährlich. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. L.A. mit dem Wechsel. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Jetzt gut dazwischen. Weg ist der Ball. Wird das seine Torchance? Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. So, das war es heute. Das ist der Schlusspfiff, die Niederlage für die Galaxy in diesem Hinspiel. Und jetzt ist klar, Sie müssen mehr tun im Rückspiel, sonst war es das. Das war heute zu wenig. Im Rückspiel muss nun aber mehr kommen nach dieser Niederlage. Sie müssen ihre Lehren aus dem Hinspiel ziehen und im Rückspiel einige Dinge besser machen. Dump, 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 Dump